Hallo Leute, der Stream-Plan für die nächsten Tage steht endlich. Leider immer in letzter Zeit mit etwas Verspätungen, weil, ach, Weihnachtszeit, ihr kennt es. Da gibt es immer noch mal ein bisschen Stress. Kurz vor Weihnachten kommen sie wieder alle und wollen alles Mögliche haben von einem und deswegen kommt man einfach nicht hinterher. So wie bei mir halt eben auch privat. Aber trotzdem habe ich es möglich gemacht, eben die Stream-Tage für euch zu fixieren. Das heißt, wir werden heute, direkt heute am 10.12. um 16 Uhr schon eine Stunde früher starten als sonst. Denn die liebe gute Ryan hat mir wieder, hat mir wieder, also hat mir ein Paket geschickt. Also ich kriege wieder ein Paket wie beim letzten Stream und diesmal kommt es eben von Ryan und das gucken wir uns natürlich dann live im Stream zusammen an, wenn ihr Bock habt. Also wenn dieses Video hier draußen ist, könnt ihr quasi direkt unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken und direkt zum Stream kommen, wo wir dann das Unboxing machen. Und später werden wir uns natürlich wieder mit Disney Dreamlight Valley beschäftigen, weil das ja momentan so vollgepackt ist mit Content, dass wir das auf jeden Fall heute auch noch angehen werden. Also Disney Dreamlight Valley und Pack Opening heute. Am Mittwoch gibt es einen Special-Stream. Da geht es nämlich darum, dass ich Geburtstag habe. Ja, am 13.12. habe ich Geburtstag und deswegen wird es um 17 Uhr wieder einen Stream geben, wo ich meinen Geburtstag mit euch feiern möchte. Und am Donnerstag, den 14.12. wird es um 17 Uhr auch einen Stream geben, anlässlich zu der Tatsache, dass Palia, vielleicht hat das der eine von euch schon mitgekriegt, der ein oder andere, dass Palia ein Farming-MMO sozusagen ist, das schon etwas länger auf dem PC verfügbar ist und komplett kostenlos, ganz wichtig für euch, wird eben auch auf die Switch kommen. Und zwar am Donnerstag, den 14.12. ist es dann soweit. Palia kommt auf die Switch und das möchte ich mit euch einfach ein kleines bisschen austesten. Ihr könnt alle mitspielen, wenn ihr, glaube ich, Nintendo Online habt. Ich glaube, da ist Nintendo Online Pflicht. Wir testen einfach alles aus. Wie läuft es auf der Switch im Vergleich zum PC? Gibt es Crossplay? Gibt es Cross-Progression? Weil ich ja schon einen Spielstand auf dem PC habe. Kann ich den jetzt mit auf die Switch übernehmen? Und, und, und. Das gucken wir uns dann alles am Donnerstag im Stream an. Genau. Und am Freitag gibt es dann eben wieder den neuen Plan, wenn alles gut läuft. Klopf auf Holz. Ich hoffe, dass alles klappt, sodass ihr wieder freitags die Informationen bekommt, wann die nächsten Streams wieder geplant sind. Am Montag und Dienstag wird es aber keinen Stream geben. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Ja, das ist der Plan für diese Woche. Ich hoffe, es gefällt euch und wir sehen uns dann entweder heute oder einen anderen Tag im Stream. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft.